Wow, ein richtig cooler Wagen hier. Wo sind wir hier? Desperados Worldwide. Was für Verein? Desperados Worldwide. Wow, Desperados Worldwide. Ja, und was gibt es außer Desperados noch? Desperados. Also ein Wahnsinnsstand, du Desperados. Das ist Club Münchweiler. Ihr habt doch letztes Jahr woanders einen Stand gehabt oder auch schon hier? Genau hier. Selbe Stille, selbe Wilder. Und du spielst zur ersten Mannschaft? Jungs, Senioren. Oh, hört sich gut an, hört sich gut an. Und wie habt ihr die Runde abgeschlossen? Läuft noch. Läuft noch, wie steht es? Erster natürlich. Oh, gibt eine riesen Meisterfeier. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, ihr auch. Danke, danke, danke. Ja, und ihr seid hier drei Tage Party ohne Ende. Ja, klar, überzeugt euch. Geht mal hoch, schaut mal runter, fühlt euch frei hier. Und kommt zum leckeren Desperados wieder runter. Okay, dann will ich mal sagen noch, deine Grüße. Ich grüße meine Frau, mein Sohn Ben, der beste Sohn der Welt und hab viel Spaß. Dankeschön, danke, ciao.